Ich denke, hier müssen Hilfsmittel geschaffen werden, die sowohl den Menschen, der im Bett liegt, als auch den Pflegenden die Arbeit erleichtern. Und hier haben wir ein Pflegebett entwickelt, was besonders tief runterfährt mit 13 Zentimetern und besonders hoch mit 80 Zentimetern. Also großes Thema ist im Moment im Pflegebereich die Stoßprophylaxe. Das sind besondere medizinische Textilien, wo wir den Schwerpunkt heute auf dieser Messe gelegt haben und es sind auch Objekteinrichtungen insgesamt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017